Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hast du dich schon mal gefragt, ob du das Niveau B1 oder B2 hast? Wenn dich diese Frage interessiert, bleibe unbedingt dran auf meinem Kanal. Heute ist ein ganz besonderes Video für dich, denn nämlich ich habe zwei Frauen zu mir eingeladen. Einmal Marina und einmal Svetlana aus Russland und wir werden gemeinsam uns die Frauen anhören und dann feststellen, welches Niveau welche Frau hat, worauf musstest du achten, damit du ein höheres Niveau, zum Beispiel B2, zeigen kannst. Und außerdem, heute verlose ich für dich in der Kooperation mit dem Klett Verlag ein Buch, das heißt Wortschatz bezweigt das Training. Ich muss euch sofort sagen, dass ich kein Geld vom Klett Verlag bekomme, sondern die Bücher, die zwei Bücher, die ich am Ende des Videos verlosen werde. Diese tollen Bücher helfen dir, dein Wortschatz auf das Niveau B2 zu bringen. Bist du schon gespannt? Dann zeige ich dir genau, wie dieses Buch funktioniert. Und danach geht es weiter mit Marina und Svetlana. Auf der Klett Webseite findest du das Buch, was wir heute verlosen, Deutsch Intensiv Wortschatz B2. Ich möchte dir zeigen, welche Inhalte das Buch hat, damit du dir Vorstellungen machen kannst, wie das ausschaut. Schau, auf der Webseite kannst du sogar einen Blick ins Buch werfen und dir die Themen anschauen, was hier alles angeboten wird. Wichtig ist für dich, dass hier ein Selbsttest auf dem Niveau B1 befindet. Hier sind alle Themen, die im Buch sind, sind hier in diesem Test vorhanden. So, welche Themen sind im Buch? Sprache und Kommunikation auf dem Niveau B1. Gefühle und Beziehungen gehört schon zum Niveau B2. Im Ausland, Migration, Kultur, Mentalität und so weiter. Kunst, Handwerk und Technik. Schau mal dir das an. Das Buch hat Platz, um Vokabeln zu schreiben, um neue Wörter zu schreiben. Das Buch hat Bilder, damit du manche Wörter oder Redewendungen auch mit Bildern besser lernen kannst. Das finde ich ganz gut präsentiert hier mit zahlreichen Übungen. Hier steht über 1000 Übungen und Wendungen auf dem Niveau B2. Und dieses Buch hat nicht nur das, sondern hat auch Online-Angebot. Hier findest du ganz unten unter diesem Buch Online-Material und Downloads. Und wir finden, wenn wir auf Niveau B2 klicken, finden wir links Glossare und Wortlisten. Und ich zeige dir, wie so eine Wortliste ausschaut. Hier zum Beispiel Lektion 13, Buchhörden und Institutionen. Und du kannst hier auf deiner Muttersprache die Übersetzung zu den Vokabeln schreiben. Das sieht ganz toll aus. So, und was noch für dich wichtig wäre, du kannst Vokabeln auf dem Niveau B2 mit Quizlet trainieren. Ich zeige dir, wie das geht. Wir nehmen Kapitel 1, Menschen. Und hier, wir schauen uns das Wort zum Beispiel beschließen. Wenn du nochmal klickst, kommt das Wort auf Englisch. To decide. Natürlich ist es für dich geeignet, wenn du auch Englisch kannst. Und so kannst du das weiter trainieren, immer auf Deutsch, auf Englisch. Und dann kannst du links sehen, lernen, antworten und zum Beispiel, was ist ehrlich? Ja, du musst dann deine Antwort auswählen und so 47 Vokabeln wiederholen. Und hier gibt es unten Spielen zum Beispiel zu ordnen. Das finde ich ganz toll. Spiel beginnen. Und jetzt zum Beispiel mit 6 Monaten vor 6 Moms. Ich ziehe das zusammen und das verschwindet einfach. Was können wir nochmal nehmen? Respektvoll. Respektlos. Nein, das ist falsch. Respektvoll ist richtig. So, und dann gehen wir zurück. Und so kann man einfach Vokabeln trainieren. Wenn wir schon auf der Klett-Webseite sind, möchte ich dir zeigen, wo du Modellprüfungen für die Prüfung täglich bezweifft findest. Alle Links lasse ich dir in der Videobeschreibung. Was beinhaltet dieser Test? Der kostet 4,99 Euro. Du kannst ihn herunterladen. Und hier gibt es ein Modelltest als Simulation. Audiodateien. Das ist sehr wichtig. Die sind dabei. Übersicht über die Prüfungsteile, Transkriptionen der Hörtexte, Lösungen, Bewertungskriterien und Antwortbögen. Und so schaut das Probetest. Sieht so aus. Hier ist Inhalt. Und dann kommt schon Leseverstehen. Ganz bequem zu Hause trainieren und herunterladen. Und wie gesagt, alle Links findest du in der Videobeschreibung. In der Prüfung solltest du dich immer vorstellen. Hallo, ich heiße Elena. Und so weiter. Nun stelle ich diese Frage an meine zwei Gäste. Und zuerst kommt Marina. Bitte stellen Sie sich vor. Guten Morgen. Mit dem Vornamen heiße ich Svetlana, mit dem Nachnamen Roschina. Ursprünglich komme ich aus Russland. Und seit fünf Jahren lebe ich mit meiner Familie in der Nähe von München, in Erding, in Deutschland. Zehn Jahre lang habe ich in Russland im Verkauf gearbeitet. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einer Stelle auch im Verkauf. Nun haben wir jetzt gemeinsam gesehen, dass Marina eher kleine Sätze benutzt und einfache Sätze und einfache Konstruktionen benutzt. Ich heiße ich komme. Da diese Sätze sind alle richtig, alles korrekt. Aber die sind einfach. Je einfacher deine Sätze sind, desto schneller rutschst du auf das Niveau B1 runter. Aber du möchtest natürlich Niveau B2 haben, wie bei unserer Svetlana. Also, was macht Svetlana? Svetlana benutzt kompliziertere Sätze und macht immer einen anderen Anfang in ihren Sätzen. Zum Beispiel, mit dem Vornamen heiße ich, mit dem Nachnamen ursprünglich komme ich. Die sagt nicht, ich komme aus Russland, sondern stellt ein Wort ursprünglich komme ich aus Russland. Das klingt sehr gut und das klingt auf dem Niveau B2. Hier sehen wir, dass Svetlana die Wortfolge beherrscht. Und oft kommt auch die Frage, berichten Sie bitte kurz über Ihre Berufserfahrung. Ich habe nicht gearbeitet, ich habe Kinder zu Hause und jetzt sind wir in Deutschland und ich suche mir eine Arbeit im Supermarkt. Dankeschön. Und Sie, Svetlana? Vielen Dank für diese Frage. Wie ich schon erwähnt habe, hatte ich in Russland zehn Jahre im Verkauf gearbeitet. Danach sind wir nach Deutschland umgezogen und ich hatte Kinder und hatte mich um die Kinder und Haushalt gekümmert. Deswegen konnte ich mich nicht um eine Ausbildung kümmern und oder eine Stelle finden. Aber jetzt sind die Kinder im Kindergarten und ich habe Zeit für einen Teilzeitjob im Verkauf. Zum Beispiel in einem Supermarkt. Und ich möchte noch gerne eine Ausbildung machen. Bei Marina sehen wir, ich war Hausfrau. Und bei Svetlana sehen wir Verben mit Präpositionen. Das ist ein Zeichen für Niveau B2. Svetlana sagt, ich habe mich um Kinder oder um meine Kinder und Haushalt gekümmert. Also, das heißt, sie kennen das Verb. Sich kümmern um plus Akkusativ. Und so mit so Kleinigkeiten kann der Prüfer feststellen, ob du Niveau B2 hast oder Niveau B1. Also beachte nächstes Mal beim Sprechen, welche Sätze du benutzt. Benutzt du kompliziertere Sätze? Benutzt du Normenverbverbindungen? Verben mit Präpositionen? Oder sind deine Sätze einfach und klar strukturiert? Und beachte das beim nächsten Mal bei deiner mündlichen Prüfung. Wenn ich jetzt zwei Lehrwerke vom Niveau B1 und B2 vergleiche, dann sehen sie auf den ersten Blick ein bisschen ähnlich aus. Aber das ist nicht so. Beim Niveau B1 spricht man oft über Dinge, die man überall hat. Zum Beispiel, die man jeden Tag hat. Einkaufen, Schule, Deutschkurs, Arbeit und so weiter. Auf dem Niveau B2 kommen mehr berufsbezogene Themen dazu und wichtig ist, dass auch abstrakte Themen wie Liebe, Vertrauen, Religion und verschiedene abstrakte Themen kommen auch beim Thema, beim Niveau B2 dazu. Und hier bekommt ein B1 Student Schwierigkeiten, weil Wortschatz auf dem Niveau B1 ist aufgebaut, nur so aufgebaut, dass es nur reicht für einige alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Einkaufen, zum Arzt gehen. Aber auf dem Niveau B2 musste man schon über abstrakte Dinge reden, über die Liebe, Beziehungen, Pagework-Familie und so weiter. Oder das, was in den Nachrichten vorkommt. Man sollte auf dem Niveau B2 schon seine eigene Meinung äußern zu diesem Thema. Deswegen kommt es in der Prüfung Tell Deutsch B2 ein Thema und zwar eine Diskussion, wo man seine eigene Meinung äußern sollte. Zu diesem Thema Meinung äußern habe ich ein tolles Video gedreht, wo ihr verschiedene Redemittel benutzen könnt. Das findet ihr in der Playlist B2 Online-Kurs. Schaut unbedingt dieses Video euch an und ich verlinke das Video hier in der Infobox. So, über Wortschatz haben wir gesprochen. Es wird immer wieder schwieriger. Und welche grammatischen Themen kommen noch hin? Schaut mal das hier. Hier stehen weil und das Sätze. Diese Sätze lernt man schon auf dem Niveau B1. Aber der B1 Student ist nicht verpflichtet, diese Sätze richtig auszusprechen. Das heißt, er kann das mit benutzen und mit den Fehlern sagen. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch, weil ich möchte in Deutschland eine Arbeit finden. Ich werde diesen Studenten sehr, sehr gut verstehen. Und die Deutschen übrigens machen auch sehr oft diesen Fehler. Aber bei der Prüfung ist es wichtig, bei der B2 Prüfung ist es wichtig, dass du diese Sätze sehr gut beherrschst. Ich wiederhole nochmal, dass Sätze und weil Sätze. Und wenn du zum Beispiel einen Brief schreibst in der Prüfung der Deutsch B2. Hier kommt und du schreibst bitte um Informationen. Da kommt auch der Satz, der heißt Ob-Satz. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob Sie diese Creme vorrätig haben? Zum Beispiel. Das Video mit Ob-Sätzen werde ich dir auch hier verlinken. Es ist sehr, sehr wichtig, wenn du auf dem Niveau B2 bist, dass du diese Grundsätze, die sind nicht kompliziert, die wiederholen sich ständig. Dass du diese Grundsätze wie weil, dass, ob, wenn Sätze, dass du sie wiederholst und trainierst. Wenn sie bei dir super sitzen, dann bist du schon auf dem Weg zum Niveau B2. Du bist schon fast Niveau B2 oder schon 100% Niveau B2. Und wenn dein Wortschatz auch sehr groß ist und du über die abstrakten Dinge wie Liebe, Religion, Kultur, Beziehungen sprechen kannst, dann bist du auch schon auf dem Niveau B2. Jetzt sprechen wir über zum Beispiel Akzent, Aussprache. Ich wiederhole immer, das wird auch in der Prüfung bewertet, aber die 99% der Prüflinge haben Akzent und das wird mit sehr gut bewertet. Deswegen mach dir keine Sorgen, wenn du einen Akzent hast, so wie ich. Deswegen mach dir überhaupt keine Sorgen. Das ist alles in Ordnung. So, über die grammatischen Themen haben wir gesprochen. Was ist noch wichtig auf dem Niveau B2? Es ist noch wichtig, dass du verschiedene Normen, Verb, Verbindungen benutzt. Das zeigt deine reiche Sprache, deine Sprachmittel, die du beherrschst. Zum Beispiel, wie in unserem Video Marina gesagt hat. Wie in unserem Video Svetlana gesagt hat. Ich bin auf der Suche nach der Arbeit oder ich bin auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Ja, wir sehen, hier ist ein komplizierter Satz. Ich bin auf der Suche nach, nach plus Dativ. Und die Marina hat gesagt, ich suche eine Arbeit. Zwei Sätze haben eine gleiche Bedeutung. Aber ein Satz ist auf dem Niveau B1 und der andere Satz ist auf dem Niveau B2. Und jetzt kommt die Buchverlosung. Damit du an der Verlosung teilnehmen kannst, sollte dein Wohnsitz in Deutschland sein. Und bevor du noch mehr was schreibst, lies die Teilnahmebedingungen hier unten in den Kommentaren. Also, um das Buch Wortschatz B2 das Training vom Klett Verlag zu gewinnen, musstest du mir hier eine Frage beantworten. Und die lautet, warum möchtest du gerne weiter mit Elena Wermuth mit mir Deutsch lernen und welche Themen dich besonders interessieren? Schreibe mir in die Kommentare und nach einer Woche verlose ich zwei Bücher. Und ein Buch bekommst bestimmt du.